Hallo, ich bin der GameBob und herzlich willkommen zu meiner Meinung zu The Legend of Zelda Majora's Mask auf dem Nintendo 64, die deutsche Version. Warum ich jetzt die deutsche Version einbringe, da komme ich gleich noch zu sprechen. In dem Video werde ich auch am Ende auf die 3DS Variante eingehen, aber die ist jetzt nicht wirklich wichtig für das meiste, was ich hier sagen möchte. Für Leute, die Majora's Mask nicht kennen, The Legend of Zelda Majora's Mask ist ein Nintendo 64 Zelda Spiel aus dem Jahr 2000. Es ist ein besonderes Zelda Spiel, weil es auch besondere Spielmechaniken benutzt, die danach auch nie wieder so aufgegriffen worden sind. Aber die Entstehungsgeschichte ist auch sehr interessant, denn das Spiel wurde in Sagenschreibe nur einem Jahr, da die Entwicklung tatsächlich im Jahr 1999 begonnen hat und 2000 schon rauskam. Ähm, es ist schon sehr erstaunlich. Majora's Mask ist die Fortsetzung zu Ocarina of Time, benutzt die gleiche Grafik-Engine und Ocarina of Time ist auch tatsächlich der Grund, warum dieses Spiel quasi existiert. Ursprünglich sollte für das 64 DD, was quasi ein Disklaufwerk für das Nintendo 64 war, mit Speichererweiterung und sonstigem Zeug, sollte eigentlich Ura Zelda erscheinen, was quasi Zelda Ocarina of Time mit etwas besserer Grafik anscheinend und mit veränderten, verbesserten Dungeons ist. Ähm, das wurde aber dann quasi auf Eis gelegt, weil es 64 DD sich nicht wirklich verkauft hat. Und Eiji Aonuma kam dann, also man muss kurz erklären, Eiji Aonuma hat bei Ocarina of Time die Dungeons entwickelt und beaufsichtigt. Und, ähm, der kam dann zu Shigeru Miyamoto, eigentlich der Chef des Zelda-Franchises und sagte so, ja, warum machen wir nicht einfach ein eigenes Zelda-Spiel, also ein neues Zelda-Spiel? Und Miyamoto hat gesagt, okay, aber ihr habt nur ein Jahr Zeit. Und in diesem Jahr haben sie dann tatsächlich mit Charles Mask auf die Beine gestellt, was technisch gesehen echt eine Meisterleistung ist, die mich erstaunt hat. Denn das Spiel hat einige Verbesserungen im Gegensatz zu Ocarina of Time. Erstmal wurde die Steuerung etwas verbessert, das Spiel läuft auch flüssiger von der Performance her. Ja, per promise. Und, ähm, grafisch wurde auch die Auflösung erhöht. Und dadurch wirken auch die recycelten Assets, also grafischen 3D-Modelle, auch besser wie bei Ocarina of Time und auch anders. Deswegen fällt es nicht so auf, wie viele sie recycelt haben. Die Musik ist auch, ähm, nicht extrem recycelt. Es werden zwar einige Themen recycelt und zwei Ocarina-Lieder, aber die Musik ist sehr eigenständig. Ich muss nur noch sagen, das Lied, das anläuft, wenn die letzten sechs Stunden im Spiel anbrechen, echt Gänsehaut mäßig, also, das ist echt, das Sticht raus, das hört sich nicht so hoch, da läuft seinen eiskalten Rücken runter, von der Stimmung, die die Musik da auch vermittelt. Die Handlung ist auch natürlich anders aufgebaut, das ist jetzt kein großer Spoiler. Naja, Ähm, Epona wird geklaut. Und das Horror-Kit, jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen, verwandelt Link in, ähm, ein Deku. Und, ja, und der Maskenhändler sagt dann, okay, das Horror-Kit hat die, er hat Machos Maske geklaut und die ist böse und die muss man wieder beschaffen. Ach ja, und weil das gerade so schön ist, fällt in drei Tagen der Mond auf die Erde oder auf den Planeten, wo es halt darauf spielt. Also, überhaupt kein Druck und überhaupt keine schwere Aufgabe, finde ich aber eigentlich ganz cool. Denn, das ganze Spiel hat eine sehr düstere Grundstimmung, was ich eigentlich ziemlich cool finde. Und, die wird auch in der deutschen Version gut transportiert, denn die deutsche Version hat eine gute deutsche Übersetzung. Und dazu noch, und das ist natürlich sehr interessant, die japanische Version, die hier rauskam, weil sie ziemlich knapp veröffentlicht worden ist, hat erstmal viele Bugs und hat auch ein anderes Speichersystem. Denn die amerikanische, die deutsche Variante, die halt besser gepatcht ist auf Nintendo 64, hat ein besseres Speichersystem. Im Original war es so, man hat drei Speicherstände, aber man kann nur speichern, wenn man die Zeit zum Anfang des ersten Tages zurücksetzt. Und, äh, das haben sie geändert. In den westlichen Varianten hat man Olden-Statuen, wo man jederzeit speichern kann. Aber dieser Spielstand ist quasi temporär. Das heißt, wenn einmal geladen wird, also man ladet den Spielstand, und die Konsole würde man ausmachen, wieder anmachen, dann wurde der Spielstand nicht komplett gelöscht, sondern es wird, ähm, der temporäre Olden-Spielstand ist zwar weg, aber das, was man beim letzten Speichern hatte, wird quasi auf Tag 1 und die erste Stunde zurückgesetzt. Das ist ein bisschen komisch zu erklären, aber wenn man spielt, merkt man es gar nicht so schlecht. Das ist sogar ziemlich gut gelöst. Die Zeitmechanik ist auch tatsächlich das, was mich erstens vom Spiel abgehalten hat. Denn ich bin jemand, ich mag keinen Zeitdruck bei Spielen und habe mir das fast selber mit drei Tagen Zeitdruck, also quasi die drei Tage dauern in Echtzeit eine Stunde, also nicht pro Tag, sondern insgesamt. Dann hat man, boah, da hat man ja richtig Zeitdruck. Das ist gar nicht so extrem, wie man denkt, da man auch relativ früh im Spiel ein Lied kriegt, womit man die Zeit verlangsamen kann. Und diese Zeitmechanik wird auch extrem gut genutzt und vieles im Spiel wird ohne die Zeitmechanik nicht funktionieren. Die Charaktere im Spiel haben eigene Tagesabläufe und an einem bestimmten Zeitpunkt, an einem der drei Tage, machen die bestimmte Sachen auch. Das heißt, viele der Nebenaufgaben besteht daraus, den richtigen Zeitpunkt für eine Aktion abzupassen. Und ich werde nicht auf die Sachen eingehen, die man im Spiel für diese Quests oder Nebenaufgaben macht. Aber ich muss sagen, wow, es sind einige Sachen dabei, die ich echt nicht erwartet habe, also die erstmal richtig düster sind, aber auch gut geschrieben und gut umgesetzt, also überraschend gut. Es gibt nur einen Tipp, den ich geben will, der ein Spoiler ist, also aber auch nicht direkt. Und zwar, im Spiel kriegt man Masken und um das korrekte Ende zu kriegen, am Schluss muss man vor dem Endkampf 23 Masken haben. Das ist der einzigste Tipp, den ich vorab gebe, weil das absolut nicht offensichtlich ist, bis man quasi zum Endboss aufbricht, quasi. Also am Schluss des Spieldurchgangs. Deswegen fand ich nicht sehr gut gelöst. Die Spielwelt finde ich an sich auch sehr schön und sehr so halb chaotisch, finde ich aber ganz nett. Nur, es gibt an vielen Stellen, hat man das Problem, also nicht innerhalb der Dungeon, sondern in der Spielwelt, ja, was muss ich jetzt eigentlich machen? Tatsächlich ist Smash Bros. Mask ein Spiel, wo eine komplette Lösung sehr praktisch sein kann, gerade für diese zeitbasierten Geschichten. Das Ganze sieht natürlich wieder anders aus bei den Dungeons. Die Dungeons sind fordernd, aber ich hatte in den Dungeons nicht extrem große Probleme, die, ja, meisten Aufgaben oder dem Boss zu erlegen oder herauszufinden, was ich tun muss in den Dungeons. Es gibt so Nebendungeon, wo das wieder anders aussieht. Aber ich rede die vier Hauptdungeons mit den normalen Dungeon-Boss-Gegnern, die man halt kennt, diese epischen Bosskämpfe. Dies fand ich eigentlich alle ganz gut, auch theoretisch ohne Komplettlösung schaffbar, obwohl ich ein, zweimal doch eine Komplettlösung gebraucht habe. Weil es ein, zwei Sachen sind schon sehr gemein gemacht. Aber genau, es gibt so ein Nebendungeon in einem Brunnen, das sage ich nicht. Da empfehle ich jedem, benutzt eine Komplettlösung, macht euch das Leben nicht so schwer, weil das ist echt. Also das hätte ich ohne Komplettlösung schon geschafft, aber ich hätte ewig gebraucht. Ich hätte auch ohne Komplettlösung dreimal so lang für das Spiel wahrscheinlich gebraucht. Da es halt unübersichtlicher und weniger linear ist wie Ocarina of Time. Aber das ist ja wurschtlos Geschmackssache und im Endeffekt macht das auch viel vom Charme des Spiels aus. Die Bosskämpfe in den Dungeons fand ich auch ziemlich cool gemacht und gelöst. Wichtig, dass mit dem cool gemacht und gelöst und wie toll ich die Bossgegner sich finden, auch wenn es manchmal nur aus Warten und den richtigen Zeitpunkt abpassen besteht, diese Aussage trifft nur auf die Nintendo 65 Version zu, denn bei der 3DS-Variante wurden die ganzen Bossgegner geändert und nicht wirklich besser. Naja, es gibt auch viele andere Nebenaufgaben, die nichts mit irgendwelchen Ereignissen von Leuten zu tun haben und da muss ich sagen, ich habe die meisten tatsächlich nicht gemacht. Ich habe mal reingelesen, was man alles machen kann und da sind viele Sachen dabei, auf die man nie im Leben kommen würde, damit man alle Herzteile bekommt, aber braucht man nicht. Also meine Meinung zum Nintendo 64 Spiel sollte man spielen. Und wenn man Majors Mask spielen will, sollte man meiner Ansicht nach tatsächlich die Nintendo 64 Version spielen, denn die ist an sich besser. Die Stimmung ist düster, also in den Nintendo 64 Versionen ist die Stimmung sogar noch düsterer quasi, denn durch ein paar grafische Entscheidungen wurde das beim 3DS-Remake entschärft. Ich habe zwar an vielen Stellen im Spiel geflucht, um ehrlich zu sein, weil ich über viele Sachen nie im Leben gekommen wäre, weil sie etwas schlecht kommuniziert werden und man dadurch auch etwas die Spielzeit strecken möchte. Ich muss so sagen, die Zeitmechanik ist auch etwas, wo ich das Gefühl habe, dass es manchmal ein bisschen genutzt wurde, um die Spielzeit zu strecken. Aber im Endeffekt muss ich sagen, Majors Mask ist ein außergewöhnlich gutes Spiel. Würde ich jetzt sagen, besser wie Ocarina of Time, das ist Geschmackssache. Ich persönlich... Na gut, Ocarina of Time liegt mir sehr am Herzen, deswegen würde ich sagen, mir gefällt Ocarina of Time... Ah, das ist ganz schwer. Ich würde die tatsächlich auf die gleiche Stufe stellen, weil die auch zu unterschiedlich voneinander sind, dass man die tatsächlich gleich setzen kann. Deswegen sage ich persönlich, da es natürlich auch Sachen gab, die mir bei Majors Mask nicht so gefallen haben, im Endeffekt spielerisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist halt eine sehr gute Fortsetzung. Also das ist so, wie wenn man einen guten ersten Film hat und dann eine sehr gute Fortsetzung und man aber jetzt sagt, okay, ohne den ersten Film wäre der zweite Film nicht so gut und so ist es da eigentlich auch. Also das ist so... Ich kann das Spiel tatsächlich empfehlen, aber ich empfehle tatsächlich mehr die Nintendo 64 Variante oder eine Version, die darauf basiert, wie eine Virtual Console Version, die anscheinend ja noch weiter gepatcht ist oder sogar die GameCube Version, die es als Vierer-Bundle gab mit Zelda 1, Zelda 2 und Ocarina of Time. Da gab es so eine Promo-Disc, da war das anscheinend auch drauf. Obwohl die Nintendo 64 Version technisch besser ist, stellenweise. Also die Auflösung der GameCube Version ist zwar höher, aber es fehlen grafische Details im Vergleich. Deswegen muss ich sagen, die Nintendo 64 Version ist wahrscheinlich besser. Gut, wenn man es natürlich mit dem dementsprechenden Ausgang spielt, nicht so wie ich, könnte das besser aussehen, aber ich muss sagen, manchmal ist es nicht schlecht, wenn das Bild ein bisschen unscharf ist. Sagen wir es mal so. Naja, gut. Also jetzt komme ich zum 3DS Remake und das kann ich absolut nicht empfehlen. Jetzt wird es nämlich ganz lustig. Die Steuerung im 3DS Remake wurde nicht komplett versaut. Ich würde sogar so weit gehen, dass manche Leute das Spiel fast nicht durchspielen können wegen der Steuerung der 3DS Variante. Und ich muss es erklären, das klingt jetzt total Geschmackssache. Nee, nee, das ist keine Geschmackssache. Die Steuerung von gewissen Sachen in der 3DS Variante ist objektiv schlechter. Eines, also jetzt komme ich auch mal zu was Gutem beim 3DS Remake. Man hat sich tatsächlich optisch Mühe gegeben, das alles anzupassen, dass es ein bisschen moderner wirkt, okay. Aber das, was an manchen Stellen besser aussieht, kommt dann aber auch mit dem Preis, dass das ganze Spiel heller ist. Und es gibt tatsächlich Räume, die im Original so dunkel sind, dass man fast nichts erkennt und wo halt dann wirklich bedrohlich wirkt. Und es ist so hell, dass einem fast die Augen brennen auf dem 3DS. Da muss ich sagen, das haben sie schlecht gelöst. Ich empfehle da das Video der letzten, warte mal, gut, gut, gut. Was? Majors Mask 3D A Bad Remake von Nerl. Ich werde es verlinken. Das ist echt ein super gutes Video im Vergleich zwischen dem Nintendo 64 und der 3DS-Variante und einem wirklich gut recherchiertes und gemachtes Video, wo auch viel angesprochen wird, wo ich mir dachte, boah, ist das bescheuert. Auf jeden Fall zwei Hauptkritikpunkte, die ich hatte beim Anspielen, weil ich habe so zwei Stunden angespielt beim Kumpel mit seinem Spielstand, wo er das so ziemlich durchgespielt hat, deswegen konnte ich halt auch viel ausprobieren. Wenn man als Deko übers Wasser läuft, ist es eigentlich so, man hüpft dann quasi wie ein Stein übers Wasser fünfmal und beim sechsten Mal aufkommen, sauft man ab. In der Nintendo 64-Variante, wenn man so den Drehangriff macht, dann nimmt man diesen Schwung mit in diese Bewegung übers Wasser. Wenn man aber die 3DS-Variante spielt, funktioniert das nicht. Das heißt, man hat so Lillipads, also so diese grünen, runden Blätter, die man aus dem asiatischen Raum kennt, die teilweise ziemlich groß werden können. Und da kann man als Deko draufstehen und in der Nintendo 64-Variante läuft man quasi runter, macht vielleicht noch die Dreherteile, um ein bisschen mehr Schwung zu kriegen und kommt ohne Problem zum nächsten und kann von da aus wieder weiterlaufen, theoretisch. Wenn man das gut genug hinkriegt, was ich manchmal nicht habe, dann kann man sehr schnell da in dem Sumpfbereich vorankommen. In der 3DS-Variante ist es so schlecht gemacht worden, dass man stellenweise, da haben manche Leute das Problem gehabt, die mussten sich von gewissen Orten weg teleportieren, weil sie sonst nicht weggekommen wären. Und das kann es nicht sein, das wurde auch nicht gepatcht. Dann gibt es noch die Zora-Steuerung, die Schwimmsteuerung, die wurde auch komplett versaut in der 3DS-Variante. Denn wenn man als Zora ins Wasser springt, schwimmt man sehr schnell. In der Nintendo 64-Variante. Und man kann quasi sich absinken lassen, dass man quasi auf dem Meeresgrund läuft oder auf dem Wassergrund. Das haben sie im Remake geändert. Das heißt, man schwimmt langsam. Unter schnelle Schwimmen kostet magische Energie. Jetzt haben sie aber in der Bucht, wo man als Zora viel unterwegs ist, keine magischen Power-Ups eingefügt. Und das ist mal richtig bescheiden. Außerdem haben sie die Platzierung von ein paar Gegenständen extrem verschlechtert. Es gibt einen Gegenstand, der eigentlich so gedacht ist, dass man ihn vor einem gewissen Punkt eigentlich kriegt, damit die Infiltrierung einer gewissen Festung einfacher wird. Man hat diesen Gegenstand jetzt in der 3DS-Variante in diese Festung reingebracht. Das heißt, wenn man die kriegt, braucht man die eigentlich nicht mehr. Außer halt für das, wofür man es halt am Schluss des Spiels braucht. Wo ich mir sagen muss, das ist sehr, sehr bescheuert gelöst. Ja, aber ich empfehle dieses Video von Nero, wo das ist halt auf Englisch, aber ich kann es wirklich empfehlen. Es ist sehr gut geschnitten und gut bearbeitet. Auf jeden Fall, kurz gefasst, die Nintendo 64-Version von Majora's Mask ist ein Spiel, wo ich sagen muss, sollte man tatsächlich mal gespielt haben, und man sollte sich von dem Zeitsystem nicht abschrecken lassen. Und ich kann auch Leute verstehen, die sich davon haben abschrecken lassen, aber es ist nicht so schlimm, wie es im ersten Moment wirkt. So, genau, mehr habe ich jetzt nicht zu sagen. Ich hoffe, das Video hat gefallen und wenn ja, dann bitte das nächste Video einschalten. Dann geht es weiter mit einem speziellen Wind Waker Let's Play und zwar spiele ich The Legend of Zelda The Wind Waker als Tingle Tuner oder Tingle Seifer, wie es in der deutschen Version heißt, Split Screen Let's Play. Das heißt, das erste Video wird noch regulär aussehen oder vielleicht das zweite auch noch, aber wenn ich diesen Gegenstand bekomme, wo ich den Game Boy anschließen kann und dann das Game Boy Display benutzen kann für gewisse Sachen, werde ich da einen zweiten Gamecube per Game Boy Player anstecken und werde das dann quasi auch abgreifen. Das heißt, man im Split Screen das normale Spielbild und das, was man eigentlich auf dem Game Boy Advance sieht, wenn man ihn ansteckt. Und das sind einige witzige Sachen anscheinend, die man damit machen kann. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, es hat gefallen und wenn ja, bis dann.